ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Scheiße, Nicole, geh ran! Hallo? Ey, du hast vielleicht Nerven, dass du dich hier noch meldest? Nicole, bitte, du musst mir unbedingt helfen, ich hab ein riesiges... Wart mal! Kleinen Moment, Süßer, geh gleich weiter, ja? Mach hin! Nicole? Echt, ey! Weißt du, wie beschissen das ist? Sex mit Perücke? Voll heiß! Nicole, bitte! Du musst mir helfen! Was denn? Du musst unbedingt mit Ralf sprechen! Oh Gott, der hat wieder gesoffen! Na, Prost, Ralf! Sag mal, was wird denn das hier? Frust saufen? Was willst du denn hier? Hör mit dir anstoßen! Ich trink nicht mit Verrätern! Ey, ey, ey! Gott, pass auf dich auf! Jetzt mach mal halblang, okay? Mit Kim bin ich durch, echt! Ach was! Ja, die ihr beide seid beste Freundinnen, ha? Nee, ganz ehrlich, das war mal! Seit die, was mit diesen Typen angefangen hat, ist die voll bescheuert im Kopf! Da hab ich echt keinen Bock mehr drauf, aber so gar nicht! Scheiß Zicke! Lass mich jetzt bitte nicht zum Stich, Nicole! Ja, Mann! Scheiß Zicke! Du sagst es! Bei dem hättest du mal so richtig aufs Maul hauen sein, so richtig in die Fresse reiben! Komm zum Punkt jetzt! Dann würdest du dich jetzt auch besser fühlen, Mann! Keine Sorge, der hat aufs Maul bekommen! Geil! Ihr habt den echt verprügelt? Tja, Hammer! Schnell, sag ihm, was du willst! Ja, was denkst du denn? Der Arsch ist bei der Werkstatt vorbeigekommen! Weil er Kim gesucht hat, der Idiot! Und ich war nicht da! Ja, Langer und ich haben ihn gleich erwischt! Sind wir mit ihm im Wald vom Meier, und dann hat er so lange auf den Sack gekriegt, bis er endlich still war! Im Wald vom Meier? Scheiße, ist er total weit weg! Oh Mann, ey! Ihr seid so obergeil! Wir haben's ihm richtig besorgt! Scheiße, du Mundsack! Boah, Ralf! Ihr seid so richtig geile, starke deutsche Männer! Nicole, fragt ihn, wo er jetzt ist! Und dann habt ihr den mehr liegen lassen, den Arsch? Was denkst du denn? Glaubst du, ich trag den weg? Der hat ja geblutet wie ne Sau! Nein! Wie ein abgestochenes Schwein! Was ist das so? Wir haben auch einen Film gedreht! Hier, willst du mal sehen? Ja klar, Ralf! Klar will ich das sehen! Ich muss nur mal kurz aufs Klo! Wie komm ich denn jetzt da hin? Ah! Weiber! Bein! Schnell! Schweine! Hast du alles gehört? Ja! Danke, Nicole! Na gut! Dann viel Glück bei der ganzen Sache! Danke! Und ähm... Ja, pass auf dich auf! Dennis! 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 Endlich! Ich! Dennis! Endlich! Ich! Dennis! Dennis! Scheiße! Scheiße! Das ist ja alles voller Blut! Ist gleich besser, Dennis! Ist gleich besser! Der Krankenwagenkopf! Ich! 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 Du bist schon nicht so weit, Dennis! Ehrlich! Ich wollte das nicht! Dennis! Bleib da! Bleib da! Bleib da, Dennis! Bleib da! Bleib da! Dennis! Bleib da! Bleib da! Dennis! Hey, Kim! Wir dürfen nicht aufgeben! Du bist süß, Caro! Seit zwei Monaten kommst du jetzt hierher! Jeden Tag! Das bringt nur leider nichts! Mensch, Caro, du hast doch gehört, was der Arzt gesagt hat! Es ist völlig offen, ob Dennis überhaupt wieder aus dem Koma aufwacht! Ja! Aber er hat auch gemeint, dass Dennis hört, wenn wir mit ihm reden und dass er spürt, wenn wir da sind! Kim! Ja! Das spürt er! Und dadurch kommt er zurück zu uns! Meinst du? Ich mache uns erstmal einen Tee, ja? Okay! Spürst du das, Dennis? Wenn ich deine Hand halte? Ich wünsche mir das so sehr! Komm zurück, Dennis! Bitte! Komm zurück! Ich liebe dich! Kim! Bist du dir sicher, dass du starten willst? Es ist ziemlich stürmisch! Ach komm schon! Das bisschen Wind! Das kriege ich schon hin! Wir haben auf dem Gewitter angesagt! Was schon? Na ja, musst du wissen! Bist ja keine Anfängerin mehr! Guten Flug! Jaaa! Danke! Jaaa! Danke! Das ist so schön! Danke, Dennis! Das war schön mit dir! Danke! 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 Danke!